So meine Freunde, jetzt geht es aber Schlag auf Schlag, jetzt kommt hier irgendwie ein Transferding nach dem anderen und zwar kamen gerade eben mehrere Berichte, auch wieder Marvin, liebe Grüße gehen raus, mehrere haben es mir gerade gesendet, direkt, Mittelstädt, Maximilian Mittelstädt soll zu Werder wechseln, hier, wegen Maximilian Mittelstädt, Werder Bremen führt Gespräche, Werder an Hertha Profi Mittelstädt interessiert, Bericht Werder an Hertha Profi Mittelstädt interessiert, ihr seht hier, also alles voll gerade, wenn ihr es eingeht, kommen mehrere Artikel und in den Artikeln stehen, vor allen Dingen zwei, drei wichtige Details und hier, laut einem Bericht der Bild, will Werder Bremen in der Sommertransferiode mit Maximilian Mittel verstärken, der 25-Jährige wäre nach Niklas Stark der nächste Hertha BSC Spieler, der an die Weser wechselt, so und jetzt hier, Gespräche diesbezüglich sollen bereits laufen, ich bin gerade schneller als meine Zunge, ihr merkt schon, erstmal kurz atmen, ja, Maxim Mittelstädt soll wohl im Sommer ablösefrei zu Werder kommen, es hat aber Einfluss jetzt auch schon auf den Winter, denn Anthony, Anthony, wunderbar, Anthony Jung soll weichen, Anthony Jung soll weichen, sollte Mittelstädt zu Werder jetzt kommen, wie gesagt, die Gespräche sollen wohl schon im Gange sein, Mit Sicherheit wird Niklas Stark da auch mit Midi ein bisschen quatschen und ihm auch berichten, wie es in Bremen ist, ganz liebe Grüße gehen die Grüße raus an Felicia und seine Hertha Community, wird bestimmt vielleicht der ein oder andere davon sehen, knutscher mal an euch, man muss ja auch mal seine Freunde grüßen, Felicia und mein Bruder, jetzt aber wieder hier zurück, Maxim Mittelstädt, wir gucken uns ihn mal erstmal an, bevor wir hier überhaupt mehr dazu sagen, Also, Maxim Mittelstädt, blende ich euch hier gerade ein, 2 Millionen Marktwert, 1,80 groß, 25 Jahre alt, diese Saison von 15 Spielen, 7 Spiele gemacht, Startelfquote 13%, 26% Spielminuten und sein Vertrag läuft aus. Ja, was haben wir hier noch zu den Ex-Vereinen zu sagen, komplette Hertha Jugend durchlaufen, also Maxim Mittelstädt mit 25 Jahren, wird im März 26, könnte praktisch im besten Fußballeralter nochmal wechseln und dann eben zu Werder, für mich persönlich ist das so ein kleiner Zwiespalt, die eine Sache ist natürlich, er ist natürlich deutlich jünger als Anthony Jung, kurze Randnotiz auch hierzu nochmal, Maxim Mittelstädt bringt auch schon in Anführungszeichen 135 Bundesliga- Spiele mit sich, 8 DFB-Pokalspiele, 3 in der Europa League, 2 Tore in der Bundesliga, 2 Tore im DFB-Pokal, als linker Außenverteidiger, ähm, ja, was soll ich euch dazu sagen, Bundesliga erfahren, guter Mann, ähm, Upgrade zu Anthony Jung, würde ich erstmal sagen, ja, wenn er denn auch verletzungsfrei bleibt, ist auch immer natürlich ganz, ganz wichtig, das kennen wir alles schon, mein Problem oder mein Thema bei dieser Sache wäre aber, was ist mit Buchanan? Ist dann Mittelstädt, die A-Lösung oder sollen Buchanan und Mittelstädt in den Zweikampf gehen und der eben dann beste Abschnitt, der Gewinner soll dann die A-Lösung werden, also lässt man das offen oder, ähm, tut man das klar kommunizieren und sagt, hör mal zu, wenn du kommst, bist du unsere A-Lösung für diese Position. Es haben sich ja schon viele gewundert, warum man mit Anthony Jung da so ins Stoppen gerät bei den Verhandlungen, denn, äh, es wurde schon vor einigen, ich glaube vor 2-3 Monaten, locker vor 2-3 Monaten, wurde schon berichtet, dass man eigentlich an der Verlängerung mit Anthony Jung dran ist, danach kam aber nie die Bestätigung, die Verlängerung ist jetzt fix. Und jetzt haben wir eben das Thema oder auch die Begründung davon, woran das eben dann lag, weil man höchstwahrscheinlich ist dieser Preis für eine Verlängerung von Anthony Jung in einem Rahmen, wo man auch sagt, oh, da könnten wir aber auch einen anderen Bundesliga-Profi holen, der vielleicht dann eben in dem Fall wie Mittelstädt jetzt auch nochmal was jünger ist. Denn Anthony Jung ist auch nun mal schon 31 Jahre, das muss man schon auch dabei sagen, ähm, auch wenn er in dieser Saison von 15 Spielen alle 15 gemacht hat, 2 Tore, 2 Vorlagen und in 93% davon war er auch noch in der Startelf. Das ist natürlich schon einiges, was Anthony Jung da auch mitbringt, aber, ähm, ich habe auch schon oft zu euch gesagt, ich glaube, dass, als Beispiel, wenn man Buchanan in diesen 5. Spielen hätte spielen lassen, dass er auch eine sehr ähnliche Statistik aufgeweicht hätte, aufweichen würde. Wunderbar, Nico, ich bin voll da. Was aber jetzt, und da müssen wir zum Fazit gleich auch kommen, äh, was sehr entscheidend ist, ist für mich, nochmal, für mich ist die Zukunft, Lee Buchanan auf der linken Außenbahn als Schienenspieler. Mittelstädt kann gerne kommen, ist für mich auch ein Upgrade zu Jung, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Ähm, ich würde, mich würde es sehr, sehr interessieren, wenn das hier ein paar Hertha-Fans gucken, was sie dazu sagen, wie sie mitgefinden, ähm, aber ich sehe das so, dass man das absolut in einem Duell machen müsste. Also, da müssten die Chancen komplett gleich verteilt sein, da darf keiner auf einmal irgendwie, äh, eine klare Zusicherung haben, also vor allen Dingen nicht Mittelstädt, der dann als Neuer kommen würde. Ähm, als Doppelbesetzung fände ich das schon gut, in die nächste Saison zu gehen mit Maximilien Mittelstädt und Lee Buchanan hört sich nicht verkehrt an. Ich habe schon seit Wochen zu euch gesagt, es kam ja auch immer wieder Ulrich als Thema und, äh, ich habe immer wieder zu euch gesagt gehabt, Leute, wenn Jung wirklich verlängert, ist es Quatsch, einen dritten Links-Ausderteiliger zu holen. Das wäre auch Quatsch, weil es halt einfach keinen Sinn macht. Sollte aber jetzt, so ist ja jetzt auch aktuell der Stand, Ernst Jung ablösefrei uns dann verlassen und wir verlängern nicht mit ihm, dann natürlich müssen wir uns umsehen, denn eine Doppelbesetzung ist immer, immer wichtig. Äh, gerade auf den Ausderteiligen Positionen, die bei uns als Schienenspieler agieren, das heißt, die auch mit in die Offensive genommen werden, mit an Torbeteiligung, äh, dabei sind, beziehungsweise mit kreieren sollen, Torgefahr ausstrahlen sollen und das alles in allem ist nun mal wirklich, ja, eine Menge, ähm, über die man sich dann auch klar sein muss, was das für eine wichtige Position ist. Jetzt ist natürlich auch die große Frage an euch. Wie seht ihr das? Würdet ihr lieber mit Jung verlängern? Findet ihr, okay, nee, äh, lieber Jung abgeben und dafür Mittelstädt holen, äh, Ablösefrei oder sagt ihr, ey, Jung abgeben und Agu hinter Buchanan spielen oder Agu mit Buchanan links spielen und lieber noch einen rechten Zeitiger holen oder geht ihr auch Rosenboom hochziehen, dann Rosenboom und Weiser rechts und Agu und Buchanan links? All das sind jetzt die große Fragezeichen, was ich nur sehr interessant auch finde, das müssen wir auch nochmal kurz besprechen, ist, wenn wirklich Agu auch wechseln wollte ursprünglich und jetzt aber Anthony Jung vor einem auslaufenden Vertrag steht und nicht mehr am Ende seinen Vertrag verlängert und das relativ früh feststeht, macht es natürlich Sinn, dass Agu bleibt, weil dann Liby, Kennen und Agu auf jeden Fall vor Anthony Jung auch spielen sollten in der Rückrunde, denn diese Spieler haben wir auch im nächsten Jahr. Ja, diese Spieler sind noch extrem jung, die kannst du noch weiterentwickeln, beide haben auch viel Potenzial, gerade Buchanan sehe ich auf links absolut mit sehr, sehr viel Potenzial, wenn du den dann bringst, dass er dann auch den nächsten Schritt gehen kann und, äh, Anthony Jung würde ich dann wirklich als Backup im Hintergrund haben für das halbe Jahr, wenn es feststeht, dass er gehen sollte, denn ich weiß, es ist, es ist immer so, es gibt Profis, so wie, äh, Ayuktu letztens im Interview gesagt hat, ähm, die sich auch darauf konzentrieren, wenn die wüssten, die gehen, trotzdem nochmal das Beste für den Verein zu geben. Es gibt aber auch Profis, die dann vielleicht mit dem Kopf schon irgendwo anders sind und sich auch nicht verletzen wollen, gerade wenn es dann heißt, dass sie ablösefrei irgendwo hingehen, ja. Das ist, äh, erstmal der Stand der Dinge, ich werde euch auf jeden Fall diesen Bericht hier, ich zeige ihn euch nochmal, diesen Bericht werde ich euch unten verlinken, ihr könnt natürlich aber auch sonst hier bei Kicker auch nochmal nachlesen und auch bei Google, ähm, ja, werdet ihr sofort findig werden über Maximilian Mittelstädt, äh, was mich, wie gesagt, am meisten jetzt auch interessiert ist, würdet ihr Anthony Jung gehen lassen für Maximilian Mittelstädt, an der Stelle blende ich euch hier auch nochmal Anthony Jung ein und seht ihr das als Upgrade oder seht ihr das eher als Verschlechterung. Jetzt der letzte Hinweis, dann ist das Video auch schon vorbei, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, gerade eben, wir haben auch die offizielle Mitteilung bekommen, dass Rappo den Verein verlassen darf, das könnt ihr gerne abchecken, ist unten verlinkt, ist das Video praktisch von gerade eben, äh, es kam jetzt Schlag auf Schlag alles, so schnell kam es gar nicht mehr hinterher und, ja, deswegen, checkt's gerne ab, morgen gibt's dann ein allumfassendes, zusammenfassendes Video und wieder mit News bin ich natürlich immer am Start, ganz liebe Werder Grüße gehen von mir raus, Küsschen aus Nüsschen und Ciao!